Das war der letzte Abend. Wir waren ein wenig in Feierlaune und irgendwann saßen nur noch die Sonja und ich da unten an dem langen Tresen. Die Sonja war vom Chiemsee, die war dort Rettungsschwimmerin. Ja, die war wahnsinnig schön. Also wirklich sehr schön. Und wir hatten einiges getrunken und es war auch ein Flirt irgendwo. Also auch von mir. Eigentlich dachte ich, komm, das geht nicht. Das geht nicht. So eine Frau, ich habe ein Kind, das ist gerade fünf Monate alt und ich mache hier rum mit dieser bayerischen Schönheit. Aber dann lachte die Sonja und ich war völlig hingerissen. Und dann sagt der Kellner, die machen jetzt Schluss. Die Bar wäre geschlossen. Und ich weiß nicht so genau, aber ich fragte die Sonja, ob sie denn Lust hätte, mit mir die Minibar in meinem Zimmer zu lernen. Da sind wir dann nach oben. Im Zimmer bin ich dann erstmal zur Minibar. Ich wollte ein bisschen was mixen. Und ich sehe aber aus dem Augenwinkel, sehe ich, wie sich die Sonja die Schuhe ausgezogen hat und sich aufs Bett legte. Schaut mich an. Ihre nackten Füße. Und so wirklich wahnsinnig schöne Füße. Ich dachte, wenn ich jetzt da rübergehe und mit ihr schlafe, dann ist alles vorbei. Nein. Meine Ehe, meine Familie, alles. Und ich wollte auch gerade sagen, komm Sonja, wir trinken jetzt noch einen und dann geht ihr da ins Einzimmer. Das wäre mir auch scheißegal gewesen. Hätte sie mich für einen Schlappschwanz gehalten. Scheißegal. In dem Moment klopft es an der Tür. Laut und energisch klopft es an der Tür. Bis ich war mir sicher, dass da meine Frau steht, das Kind auf dem Arm. Und ich habe mich sozusagen in mein Schicksal gefügt und mache die Tür auf. Und da steht ein kleinwüchsiger Araber mit so einem Schnurrbart und der hält was im Arm, eine Art Rolle. Dein Teppich. Ich sag, sorry, aber sie haben sich im Zimmer geirrt. Und der ganz bestimmt ist, das ist dein Teppich. Und hält den Mädchen, diesen zusammengerollten Teppich. Und ich wieder, äh, aber falsches Zimmer. Und ich schließe die Tür. Ich drehe mich um. Und da liegt noch immer die Sonja. Aber jetzt ist alles weg. Der ganze Zauber, die ganze Lust ist weg. Und ich will gerade zu Sonja sagen, äh, dass sie bitte gehen soll. Ja, und dann klopft das aber wieder an der Tür. Ich mache auf, steht wieder der Typ da mit seinem Teppich. Schreibt mich jetzt an. Schreibt, das ist mein klein Teppich. Dein Teppich. Ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen sauer auf den Araber mit seinem scheiß Teppich. Aber auch auf mich. Auch auf mich, der hier fast Ehebruch begangen hätte bei der erstbesten Gelegenheit. Und ich schreie zurück, dass er sich verpissen soll mit seinem scheiß Teppich. Ja, und ich, und der, wenn ich den Teppich jetzt nicht sofort annehme, dann sprayt er mich schwul. Und ich so, hä, was? Und er so, ja, ich spraye dich schwul. Ich spraye dich schwul. Alles klar. Ich schlage die Tür zu. Ich sage zu seinem Sonja, geh, wirklich, geh einfach, wirklich, es ist. Und es klopft aber wieder an der Tür. Und Ich bin kein Schläger, aber ich reiße die Tür auf und ich will ihm so in die Fresse schlagen, ja. Und dann steht der da. Und der hat so eine Dose in der Hand und sprayt mich von oben bis unten voll. Und dann? Ja, merkwürdiges Zeug kam da raus. Also, ein ganz merkwürdiger Geruch. Das ist nicht unangenehm. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein Gegenteil sogar. Ja, das ist lustig, weil das T-Shirt hatte ich auch an, an dem Plag. Genau das Gleiche. Das ist schon zehnmal gewaschen, ist immer noch drin, der Geruch. Das kriegst du nicht weg. Das ist schon zehnmal gewaschen.